Was zum Teufel ist eigentlich eine Balmer-Serie? Heute wird mal nicht dufter diskutiert, sondern heute gibt es mal Fakten für die Quantenphysik. Heute gehen wir nämlich in die Kernphysik. Wir schauen uns mal ein Atom etwas genauer an. Das Wasserstoffatom zum Beispiel. Das besteht aus einem Atomkern mit einem Proton und einem Neutron. Und außenrum flitzt ein Elektron. Schauen wir uns Helium an. Das sind nun schon zwei Protonen, zwei Neutronen und zwei Elektronen. Beide Elektronen flitzen auf der gleichen Bahn um den Kern. Jetzt kommt Kohlenstoff. Es ist das sechste Element des Periodensystems. Es besitzt somit sechs Protonen, sechs Neutronen und sechs Elektronen. Die Elektronen flitzen hier allerdings schon auf unterschiedlichen Bahnen. Zwei Elektronen flitzen auf der inneren Bahn, vier auf einer neuen äußeren. Kommen wir zu Natrium. Das elfte Element des Periodensystems. Hier haben wir jetzt elf Elektronen. Davon sind zwei auf der inneren Bahn, acht auf einer mittleren Bahn und eins ganz alleine auf einer äußeren Bahn. Das können wir beliebig fortsetzen. Dabei gilt immer, die innere Bahn nimmt immer zwei Elektronen auf. Die weiteren dann jeweils acht. Das sollte euch auch schon aus dem Schalenmodell der Chemie bekannt sein. Denn das hängt damit ganz stark zusammen. Nur, dass wir hier jetzt den Schalen keinen Namen geben, sondern den Bahnen Nummern. Die innerste Bahn bekommt die Eins. Dann kommt die Zwei und so weiter. Diese Zahl klein n nennt man Hauptquantenzahl. Sie sagt aus, auf welcher Bahn wir uns befinden. Die Bahnen haben aber auch noch eine andere Eigenschaft. Jeder Bahn kann man ein Energieniveau W zuordnen. Die innere Bahn W1, die zweite W2 und so weiter. Jedes Elektron, das auf einer Bahn unterwegs ist, hat genau dieses Bahnenergieniveau. Ein Elektron auf der zweiten Bahn besitzt die Energie W2. Und eins auf der vierten Bahn würde die Energie W4 besitzen. Zeichnen wir die Energien der verschiedenen Hauptquantenzahlen als Bahnen in ein Diagramm. Dann sieht das so aus. Je höher die Quantenzahl wird, desto größer wird unsere Energie. Damit ist eines klar. Gehen wir von einer äußeren Bahn auf eine innere Bahn, dann gehen wir im Diagramm nach unten. Von einer höheren Energie auf eine niedrigere Energie. Das bedeutet, es wird energiefrei. Merkt euch das. Wenn ein Elektron von einer äußeren Schale auf eine innere wandert, dann wird Energie frei. Das bringt uns ganz nah an die Balmer-Serie. Schweren nämlich Elektronen auf einer Bahn und es gibt einen freien Platz auf einer Bahn weiter innen, dann versuchen sie immer dorthin zu kommen. Sie wollen in einen Zustand mit möglichst wenig Energie. Sie wollen relaxen. Und genau das machen sie. Ist ein Platz auf einer inneren Bahn frei, dann relaxieren sie dorthin. Das nennt man echt Relaxation. Dabei verlieren sie Energie. Diese Energie wird in Form eines Photons abgestoßen. Das Elektron wandert also auf die andere Bahn und ein Photon wird abgegeben. Und jetzt sind wir endlich bei der Balmer-Serie. Die Balmer-Serie beschreibt nämlich alle Photonen, die entstehen, wenn ein Elektron von einem höheren Zustand in den zweiten Zustand fällt. Alle Photonen werden beschrieben, die abgegeben werden, wenn ein Elektron von der dritten, vierten oder fünften Bahn auf die zweite runterfällt. Die Balmer-Serie ist dabei genau auf das Wasserstoffatom definiert. Die Balmer-Formel rechnet jetzt aus, welche Wellenlänge ein beim Sprung emittiertes Photon besitzt. Das Photon, das rauskommt, besitzt nämlich dann eine bestimmte Wellenlänge. Die Formel sieht so aus. 1 durch Lambda gleich R mal 1 durch 2 hoch 2 minus 1 durch N hoch 2. Das Lambda ist dann also gerade die Wellenlänge, die das entsprechende Photon hat, das emittiert wird. N ist die Hauptquantenzahl des Zustandes, aus dem in den zweiten Zustand gesprungen wird. Und groß R ist die Rüttberg-Konstante mit 1,097 mal 10 hoch 7 1 durch Meter. Ein harter Brocken für so eine Formel. Aber dafür versteht ihr nun optimal, was hinter der Balmer-Serie steckt. Fassen wir das Ganze nochmal kurz zusammen. Um den Atomkern schwirren die Elektronen auf Bahnen. Die Bahnen sind durch die Hauptquantenzahl N charakterisiert und jede Bahn besitzt ein eigenes Energieniveau. Je weiter innen, desto kleiner wird die Energie. Relaxiert ein Elektron von einem Zustand in einen energetisch niedrigeren Zustand, so wird ein Photon emittiert. Die Balmer-Serie beschreibt hierbei alle Photonen, die entstehen, wenn wir im Wasserstoffatom von einem beliebigen Zustand in den zweiten relaxieren. Die Wellenlänge der emittierten Photonen lässt sich durch die Balmer-Formel berechnen. Damit haben wir einen riesen Schritt in der Kernphysik gemacht. Ihr könnt ohne Scheiß stolz auf euch sein. Wenn ihr das mit dem Emittieren des Photons noch nicht ganz verstanden habt, dann schaut euch doch einfach unser Video zum Frank-Herz-Versuch an. Dort erklären wir nochmal genau, wie das so mit dem Springen zwischen den Energieniveaus abläuft. Wenn wir euch mit diesem Video geholfen haben, dann lasst doch auch ein Like und ein Abo da und checkt mal unsere anderen Kanäle. Dort sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.